Hallo und herzlich Willkommen. Schätze deine Belastung visuell ein, um nach der Anwendung beurteilen zu können, wie du Verbesserung erreicht hast. Spüre deinen Körper, nimm ihn wahr und fühle ihn. Schreibe deinen Reflexpunkt. Auch wenn ich das Problem habe, schätze ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem behalten sollte, schätze und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem ein Leben lang behalten werde, schätze und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem jetzt ruckzuck überwinden werde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich das Problem schon überwunden habe, nur es noch gar nicht wahrgenommen habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Es ist völlig wurscht und mir piepscht, nur es egal, ob ich das Problem habe oder nicht. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Atme entspannt aus. Und dann wieder entspannt ein. Erster Punkt, Blasenmeridian, Augentraue, Innen. Grund für Probleme, Organe, Nase, Bauch, Rückenmuskulatur. Innernprinzip, Angst, Stärke, Mond. Ich stelle mich mutig meinen Ängsten. Warum bin ich in Sicherheit? Zweiter Punkt, Gallenblasenmeridian, Seite vom Auge. Grund für Probleme, Unterdrückung, Galle. Kreativität und Freiheit ist das Prinzip. Ich bin frei in meinen Entscheidungen. Warum versüße ich mir das Leben? Dritter Punkt, Magenmeridian unter dem Auge. Grund für Probleme, Gelenke, Magen, Stoffwechselprozesse. Prinzip, Verdauen von Eindrücken, Konfliktlösung auf emotionaler Ebene. Suggestionen, Mühelos verdaue ich alle Eindrücke des Lebens. Warum habe ich die Kraft, alle Konflikte zu lösen? Vierter Punkt, Gouverneurgefäß unter der Nase. Grund für Probleme, Wirbelsäulenprobleme. Prinzip, Wahrheit, Ehrlichkeit, Vertrauen und Schutz. Suggestionen, ich bin voller Vertrauen in mich. Warum vertraue ich mir und den Anderen? Fünfter Punkt, Zentralgefäß unter der Lippe. Grund für Probleme, Wirbelsäulenprobleme. Inhalt, Energie fließt von unten nach oben. Suggestionen, ich bin in meiner inneren Wahrheit. Warum bin ich geschützt? Sechster Punkt, Nierenmeridian unterhalb des Schlüsselbeins. Grund für Probleme, Trennungskonflikt. Gefühle sind verletzt. Inhalt, verletzte und oder unterdrückte Gefühle. Suggestionen, ich lasse meinen Gefühlen freien Lauf. Warum lasse ich meinen Gefühlen freien Lauf? Siebter Punkt, Minz Pankreas Meridian. Unter dem Arm, seitlich an der Brust. Grund für Probleme, Resignation, Akzeptanz, Besessenheit. Suggestionen, ich verarbeite Eindrücke mit Leichtigkeit. Warum verarbeite ich Eindrücke mit Leichtigkeit. Achter Punkt, Lebermeridian unter der Brust. Grund für Probleme, Wut, Aggressionen, zu wenig Zuversicht. Sitz der Wut, Rage, Erregung. Es gibt immer eine friedvolle Lösung für mich. Wieso gibt es immer eine friedvolle Lösung für mich? Neunter Punkt, Thymusdrüse, Sitz der Lebensenergie. Grund für Probleme, schwaches Immunsystem, Autoimmunschwäche. Prinzip, Bindeglied zwischen Körper und Geist. Suggestionen, ich bin ruhig, ich bin stark, ich bin voller Energie. Warum bin ich voller Energie? Senderpunkt, Lungen, Meridian, Daumen. Grund für Probleme, chronischer Kummer, Trauer, Sehnsucht, mangelnde Kommunikation. Prinzip, frei durchatmen. Suggestionen, Freude und ein Lächeln kehrt in mich ein. Warum bin ich frei? Wieso kann ich mich frei entscheiden? Hälfter Punkt, Dickdarm, Meridian, Zeigefinger. Grund für Probleme, Furcht, Ängstlichkeit, Loslassen. Suggestionen, ich trenne mich von vergangenen Schuldgefühlen. Warum bin ich so, wie ich bin? Zwölfter Punkt, Kreislauf, Meridian, Mittelfinger. Grund für Probleme, Blutdruckschwankungen, Kreislaufprobleme. Inhaltsprinzip, Freude und Liebe. Suggestionen, Freude ist in mir, ich bin Liebe. Warum ist Freude und Liebe in mir? Dreizehnter Punkt, Herzmeridian, kleiner Finger. Grund für Probleme, Herzprobleme, physisch und psychisch. Inhaltsprinzip, Sinnbild der Liebe und Sicherheit. Suggestionen, ich liebe das Leben und das Erleben erliebt mich. Warum liebe ich das Leben? Trittender Punkt, Dünndarm, Meridian, Handkante. Grund für Probleme, Körperabwehr und Denkprozesse. Inhaltsprinzip, Denken und Vertrauen. Suggestionen, ich bin ein Schnelldenker, ich löse alles. Wieso bin ich ein Schnelldenker? Fünfzehner Punkt, Gammutpunkt, Dreifacherwärmer, Handrücken. Grund für Probleme, Kältegefühl, Hitze, Wallung. Inhaltsprinzip, Anpassung. Suggestionen, das Feuer des Lebens ist in mir oder das lässt mich kalt. Wieso ist das Feuer des Lebens in mir oder warum lässt mich das kalt? Sechzehner Punkt, Krone über dem Kopf. Funktion, Verbindung zur Urquelle. Inhaltsprinzip, Einheitsbewusstsein. Suggestionen, ich glaube an. Affirmation, wieso glaube ich an? drumherum. Durch die Atmosphäre, wenn die Är Вiqu overthrow des Lebens in mir oder warum lässt mich liegen.